Willkommen zu einer neuen Folge Titan Quest. Wir sind noch im Hades und Schatz versteckt. Noch mehr kannst du nicht tragen. Noch mehr kannst du nicht tragen. Dein Gepäck ist voll. Ne komm. Ach, meine Waren. 300 Intelligenz. Ne, danke. Brauch ich nicht. Auf Wiedersehen. Äh, Juwelen haben wir nicht. Oder haben wir schon, aber brauchen wir nicht. Nehmen ich wieder. Jemen sich noch, wenn man ein paar Warenpede läuft. Wenn du mit dem Schatz refuse, ist es trotzdem ein Dichard. Der wird dann im Schatz. Niemals habe. Mehr aus erinnert. Niemals nicht. Das habe ich oft zum Schatz. Vielen Dank. Das war's für heute. Bleib doch mal still Leute So jetzt gehen wir wieder raus hier So jetzt gehen wir weiter Okay. Oh, verdammt, noch so ein Vieh. Und gleich müssen wir zum nächsten Portal kommen. Oh, verdammt. So, sehr schön. Vor dem Krieg der Olympien. Du hast aber nichts mit diesen Dämonen zu tun, oder? So, Schattenlager für Sachen von der Ober... Mit den Dämonen möchte ich nichts zu tun haben. So viel kann ich dir sagen. Bis bald, Sterblicher. Wie lange ist es schon her? Einige von uns sind vielleicht... Ich habe versucht, zu den Feldern... Und jetzt ein Sterblicher? Ist das richtig? Ist diese Dämonen... Seltsame Neuigkeiten... Und jetzt kommen auch noch Lebende durch unser Land. Mecker nicht rum. So, was haben wir denn verhindert hier? Der Ring kann eigentlich hoch weg, ne? 312 plus 30 Rüstung. Das gucken wir uns gleich mal an. Äh... Achso. Auf Wiedersehen. Ein Sterblicher. Ich kann dein Blut riechen. Ich erinnere mich an das Leben. Ja, es ist schon einst... Ah, der Sterbliche. Ach, schade. Nichts Besseres. Genau. Wir wollten den Lebenden sagen, was in der... So, jetzt war doch hier oben gleich eine Quest noch, die wir erledigen können, möchte ich meinen. Nicht? Der Spiegel der Psyche könnte mir zeigen. Achso, wir brauchen jetzt den Spiegel. Oder war das... Ne, das war da. Ne, das war da. Ne, das war da. Oh ja, die schönen Klachenpiecher. Mal gucken. Ah, die gehen einigermaßen. Ah, die gehen einigermaßen. Ah, die gehen einigermaßen. Ich erinnere mich, scheiße. Oh, fuck. Immer noch so stark die Viecher. Jetzt kommt aber, glaube ich, keiner mehr raus. Ne, sieht gut aus. Oh, fuck. 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 So, hier dürfte eigentlich keiner mehr sein, hoffe ich. Juh. Und dann war's das wieder für diese Folge, es gibt's zu bedanken, Kimi, bis dann, na toll, stopp, endlich, hop, hop, ciao.